3, 2, ne, Patrick fing an. 3, 2, 1, los. Willkommen Freunde zu einer neuen Runde TTD. Wir sind hier gerade auf einer Karte, die wir irgendwann mal gespielt haben. Die ist ziemlich cool auf. Irgendwann, da mal zu spät. Wir mich einfach... Nein! Mein Activieren-Programm hat mich gerade rausgeschmissen. Beste Anmoderation ever. Okay, ich bin wieder da. Super Patrick, super Patrick, du darfst nie wieder anmoderieren. Alter! Sorry, Dennis, komm. Nee, komm mal, ich wollte... Oh, schon wieder, Alter. Das ist ein Random-Programm jetzt. Schon wieder? Curry, ich wollte... Curry, ich wollte auf das Fass schießen, Curry. Was ist passiert jetzt hier? Ja, das hast du auch getan. Ja, aber du standest dann daneben. Ich hab dich zu spät gesehen. Und auf das Fass schießen. Komm. Und zu spät, Checker wieder erstmal am Ziel, so als und dann, was ist jetzt? Sorry, Curry, ohne Scheiß. Das war echt scheiße von mir. Guck, ich gib's zu. Ich gib's zu, Curry, war echt scheiße von mir. Curry, das kannst du doch nicht machen, ja. Ich weiß, was jetzt mega wäre, wenn ihr beide Traitor wären. Wer? Also Curry und du. Ja, kurze Sache natürlich. Schöne Grüße noch an den Leno. Ja, und auch an den Taros, die seit längeren Folgen nicht dabei sind. Danke. Tricks, da graute da einfach so ein Spruch aus. Nein, der Leno schaff's leider nicht, weil er eine Perle hatte und jetzt... Nein. ...ein Spicker machen muss. Nein. Was muss ich sagen? Er muss sich jetzt einen Spicker machen. Genau. Was? Nein, ich bin natürlich ordentlich am Lernen, Kinder. Trinkenspicker. Bleib immer fleißig in der Schule. Deswegen kann der Leno hier nicht beim Aufnehmen mitmachen. Ist auch kein Ding. Oh, hier hängt jemand mit dem Arsch über die Wurst hinweg. Der Bronzer hat sich weggesprengt. Alter Schwede, was war das denn gerade? Okay. Hey Zed, was machst du da im Traitor-Shop? Ich habe gerade die Leichen confirmed. Was machst du da gerade? Haha, du hast einen Traitor-Shop, du alter Alunke. Das ist das Mensch, an der da liegt. Okay, dann geh... Ich... Ja. Toll. Stimmt. Ja. Curry? Geil, ne? Nein, der ist da oben. Da oben. Wo? Der steht... Der stand eben da hinten. Da hinten. Da hinten auf dem Berg. Jetzt hör auf, hör auf, geh weg. Ich mach nix. Nicht auf die Tonne, nicht auf die... Nein! Machst du mal, Bicke? Warte, ich muss aber schon mehr versuchen hier. Deine Schleppiner, du hättest wie schlecht du bist. Was? Major? Ah, Bronze? Hat sie selber gesprengt? Also du und ich wusste. Aber ich wusste. Wo bist du, Falger? Du hängst wieder oben irgendwo und campst da rum, oder was? Ja, ich camp total. Ich glaube, wenn du ein Mann bist, machen wir ein Crowbar-Duell. Crowbar-Duell? Ja, komm. Ein Crow-Duell. Nein! Na gut, dann hat sich er dann erledigt. Das war mega gut jetzt, ey. Maaann! Da hat der Curry wieder sein vollstes Talent gezeigt. Scheiße, Mann! Was hast du denn getan? Ja, diese scheiß Seilbahn da oben, Mann. Schischer. Seilbahn da oben. Was ist denn mit dir? Ja, siehst du? Haben wir das doch locker geschafft. Ich war der letzte Trader, der überlegt hat. Wer war der mit der Trader? Das wäre voll der Macker, sowas. Ich habe ja auch. Ich wollte eigentlich noch einen wegsprengen, so zwei. Hast du J-Hab-Bombe gehabt, oder was? Ja, ja. Oh, Bronzo, du bist wieder ein richtig Genie, ey. Klar! Wenn nicht ich, wer dann? Sag doch mal. Udo Lindenberg. Wer ist das hier? Udo Lindenberg. Das bin ich, Bronzo. Alter, er braucht mich gar nichts zu hauen, Alter. Diese ganzen Tonnen hier, das ist total blöd. Alles blöd. Haut er mich erst mal weg da vom Opa. Oh! Oh! Der Mensch hat mich runtergeschubst. Was? Ja, ist klar, ich. Ich. Ich? Bin ich Rich? Die ganze Karte explodiert gerade hier. Was zielst du da auf mich? Was zielst du da auf mich? Das ist ein Schottkanal. Major? Major sind totgesprungen, Alter. Ich wollte über die springen. Ich bin tot. Dennis ist tot. Du bist tot. Du bist tot. Ich bin tot. Auch weil du Traitor bist, Wurst. Na klar. Warte, ich schieße. Auf Kisten. Auf wahllose Kisten. Was ist das denn da vorne, Bronzibiot oder was? Ich bin das, ich bin das. Bronzibiot ey. Lass mir Ruhe. Oh Bronzibiot. Also die, die Erfahrung sagt, wenn der Bronz, wenn der Bronz, wenn der, wenn der Bronz immer weggeht, dann ist der Traitor. Boah, darf ich schießen? Darf ich, oh. Nein, wenn ich, oh. Oh, ich hab nur das fast kaputt geschossen, bevor es der Traitor macht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wenn ich Traitor wäre, hätte ich euch jetzt alle drei weggeholt mit der Giardbombe. Ich auch, klar. Na klar, immer. Ja, Curry wird immer eskalieren, ey. Da kommt der, kommt der Klee-Wakzent durch. Ja, die haben einen eigenen Akzent da. Ja, genau, ja. Das ist immer geil, wenn der Curry immer wie dem Mann redet, jetzt auch immer. Machen wir Curry. Nee. Wie ein Mann? Alter, Alter, was ist das? Das Baby! Alter, Alter, was ist das? Ich bin los, Hilfe, Hilfe! Melchior, du bist ein richtiger Scenic. Ey, das kann doch nicht sein, ey. Was, 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 was war hier los? Was war denn da los, Major? Boah! Ich hab mit einem Baby zwei Leute geholt und dann Curry. Nee, das kann doch gar nicht mehr so. Den Dennis geholt. Nee, 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 nee. Doch, den Patrick hast du nachher geschossen und mich. Boah, Major, was? Du, hallo, du bist ja voller Heilig. Patrick und den Dennis hab ich doch mit dem Baby getötet. Was ist der, Patrick? Der Major? Ein Hive? Was ist das denn? Ein Heiliger? Chuck Norris. Ein Hive verstanden. Ein Pirate, oder was? Ein Hive fahren, oder wie weiß ich das? In solchen Situationen musst du reagieren, Junge. Wenn wir schießen, musst du mitschießen. Dennis, wie hieß das noch? Hive fahren, oder was? Das ist ein bisschen zu spät. Hm? Was, Patrick? Ich hab noch einen Schuss abgegeben auf Curry, oder? Nee, wie hieß das noch? Ein Wort. Hai? Was? Haiwan. Haiwan, genau. Haiwaner. Alter! Ich hab nur das Fass verschossen. Ach, Scheiße, Mann. Scheiße! Was? Hai. Patrick, wo sind wir hier? Ja, hier oben. Du musst aufpassen, du blickst hier in die Luft, Leute. Du kriegst hier gerne mal runter. Oh, nein. Ich blickst hier runter. Pass auf! Ey. Du musst echt aufpassen. Pass auf. Ey. Willst du dich jemanden mit mir verbinden? Ich bin hier schon oft gestorben. Ehh. Ich liebe Trouble in Terrorist-Town, denn das macht mich öfter braun. Oh, Alter. Oh, das klingt eigentlich nicht so gut, wenn mich etwas braun macht. Weil braun ist ja nicht zu wenig. Nein! Nein! Runtergefallen? Ja, super. Wie soll ich jetzt hier runterkommen? Ich geh hinterher. Ja. Ja, komm mit. Du kannst hier auf... Du stirbst nicht. Du kannst hier auf die... Oh. 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 Jemand ist tot, oder? Ja. Wer ist tot? Oh. Wer ist tot? Hat jemand eine Shotgun? Elvis ist tot. Wo gibt's denn die Shotgun? Da vorne. Wo? Wer ist das da oben? Bronze? Ich bin das, Alter. Ich traue dir kein Millimeter. Warum bist du hurt locker? Was? Ich hab keine Ahnung. Alter! Na weg da mal. Das ist nicht das Fass, was explodieren kann, Bronze. Ich hab ne Diegel, du Trottel. Dennis hat mich angeschossen. Ich hab ne Diegel, du Trottel. Einer von dahinten hat mich gerade angeschossen. Ich hab auf jeden Fall ne... Ich schaue dir auf dich. Jaaaa! Oh. Was? Das hat funktioniert. Ich kam da nicht mehr runter, aber ich bin runtergesprungen ins Wasser jetzt. Dennis schießt. Geil! Der schießt jemanden. Der schießt jemanden. Zweite Chance. Patrick, wo bist du? Auf dem Steg hier. Welchen Steg? Unter dieser Seilbahn. Auf dem Steg zur einsamen Liebe. Auf dem Steg zur einsamen Liebe. Wobei, warum sag ich... Ne, das sag ich dir gar nicht. Ne. Curry lebt noch. Dennis lebt noch. Und der Major lebt noch. Der hat sich aber gerade gemutet. Wer liegt denn da? Hallo? Guten Tag. Der Major ist auf jeden Fall tot. Äh, tot sag ich schon. Der Major lebt noch, aber der hat sich gemutet, weil er Telefon gerade hat. Das hat er mir geschrieben bei Steam. Da ist, äh, sehe ich gerade in TS, dass er sich gemutet hat. Okay. Naja, der ist irgendwo. Was denn? Hallo? Ahhhh. Alter Dennis, wie du lügst, ne? Wie schlecht der ist. Das war ja voll fies. Der war wirklich gemutet. Hast du das fast gesehen? Richtig immer Bock. Ja, aber ich hab dem nichts geschrieben. Ich war einfach so gemutet. Ich weiß. Hassi. Ich wusste, ich wusste nicht mehr, dass du gemutet bist, Mensch. Ich wusste das gar nicht. Ich hab einfach spekuliert, denn ich hab auf meinem zweiten Bildschirm gar kein Teamkrieg oder so offen, sondern nur mein Heck. Ich war ein Fass. Was? Was? Ich wollte der Curry retten, Alter. Und dann kommt man mit Dennis. Boah, deine Rundungen als Fass, ne? Die sind unfassbar. Ja, ne? Der Curry ist das geilste Fass, was ich jemals gesehen habe. Das geile Stück. Das geile Stück Metall. Das kalte Stück Metall. Unfassbar, wie fass ich bin. Oh, ne. Kevin. Äääh. Nicht den, oder? Paks sie hier aus, oder? Kevin, komm mal. Kevin, mit Ö. Kann jemand von euch, Kvn, kann niemand von euch eigentlich so ostdeutschen Akzent, also so Ossi. Was? Kölnbruch. Was? Hab ich nicht gemacht, seit ich bin hier total am Köln. Am Köln bin ich. Sag mal, sag mal, sag mal irgendwie, sag mal irgendwas so. Sag mal, sag mal irgendwie, sag mal irgendwie. Ich sag irgendwas. Sag mal, musst du nicht knattern gehen, was ist da los? Erlernen meint der natürlich. Ich mein, mit knattern muss ich natürlich nattern. Seinen horizontalen... ...horizontalen... ...muss man Horizont erweitern. Ich mach gerade die Gesprächsarten, Konfliktgespräch bin ich gerade dran. Oh ja, also lieber Herr Lehrer, lieber Herr Lehrer vom Leno, der Leno, der Leno hat Dings an. Oh, Major ist jetzt tot. Ja, ist das eben? Hex, Alter. Der Leno hat an. Ne, äh, der Leno, der schummelt, der fudelt. Der Leno hat an, Alter. Hör dich auf, schmeiß da hin. Riech, Alter. Riech, Alter. Riech, Alter. Und schießt du hin, Patrick? Auf die Torne dahin. Und auf dich. Wir beide wissen, dass du der Trattor bist, Major. Ja, bin ich auch. Ja, dann ist das ja alles viel einfacher. Ja, aber da ist so viel Ehrlichkeit, äh, Ähm, Ähnlichkeit. Ärmlichkeit und? Ja. So viel Ehrlichkeit, Ärmlichkeit. Komm, Patrick, lass uns mal die Fässer kaputt schießen, damit der nicht so leicht gespielt wird. Da oben an der Seilbahn. Ah ja, der ist doch, der trifft doch sowieso nix. Nein, gar nicht. Der Lappen. Bronxe. 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 Ich komm, um dich zu holen. Tiki, tiki, taka, taka, bumm, bumm. Weißt du, leider nicht, wie man da hochkommt. Scheiße, weg hier, Alter. Bin noch hier. Bin noch hier oben, Alter. Und so ernsthaft? Stell dich doch einfach der dunklen Seite gemacht. Komm her. Ernsthaft, du! Was denn? Jetzt ist aber Schluss mit Lustig, mein kleines Wüß. Scheiße, Alter, fuck it. Jetzt ist Schluss mit Lustig, Alter. Wo bist du, mein Bruder, Alter? Das war blöd von dir. Okay. Bist der noch da oben? Ich tu es, Mann. Ich hab ne Idee. Jetzt, oh, Bronz, wenn... Bronz ist gleich tot, ich sag's jetzt schon mal. Er springt in den Tod, oder... Ähm, wo ist der denn? Warte, was du Bruder ist? Hat er sich als Fass getan wieder, oder sowas? Ich wär immer noch hier oben, sonst... Du liegst doch schon, wenn du dein Maul aufmachst. Ich hör das doch schon... In einer Tour lügst du rum. Ich hör das doch schon, wenn du... Wenn du was sagst, so mit deinem Lachen. So weißt du... Lach doch gar nicht, Mann. Ja, komm, der sich verkneifen muss. Bist du fertig, Alter? Au! Komm her, ey. Bronz! Ja, ist ja deine Zeit, die runterläuft, ne? Ach, wer sch... Oh, ho, 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 ho! Du bist so ein Deutscher! Wisst ihr, wie ich gestorben bin? Ich hab dich getroffen, Mann! Alter, bronz sie dein Sprung, Mann! Warum schwimmst du da grad, Bronz? Ja, Hammer! Alter, pass mal auf, pass mal auf! Komm mal! Ich war Traitor, ne? Bin direkt nach zwei Sekunden gestorben, weil ich mich in einen Fass verwandelt hat und Patrick einfach random auf Fässer geschossen hat! Ja, sorry. Auf Fessel darf ich doch schießen, oder? Ja, ich weiß, das war... Auf einmal flog dieser Körper da raus und ich dachte, oh. Ja, flip, flop. Und dann war das der Major als... A straighter auch noch. A straighter? Major, ey. Das war so dumm von dir, mich in ein Fass zu verhandeln. Aber ich sollte natürlich andere nicht kritisieren mit ihren Sprachfehlern, weil wir haben ja auch den Kevin hier ne Runde und man muss natürlich Behinderungen dulden. Ja, da bin ich gejumpst, deswegen dulden wir auch den Dennis. Du bist... ne, du nicht. Du bist doch nicht Major. Du kommst... warum kommst du was? Du hast einen Sprachfehler? Doch. Warum ist der Leno eigentlich hier? Ja, da schwimmt jemand. Warum liegt hier Strom? Was bin ich? Bronzl. Bronzl? Auf einmal ist Leno gleich so ingame, weißt du? Ich bin hier oben, leider. Leno ist Traitor. So alleine. Hallo auf einmal so ruhig. Hallo Dennis. Hallo Curry, warum ziehst du auf mich? Weil du das auch grad getan hast. Ja, ich zieh nur, weil ich aus... aus Dings... Ja, aus Dings. Ja, aus Sicherheitsgründen. Ja, aus Sicherheitsgründen. Wer schießt auf mich, ne? Ja, weil ich schieß daneben, damit du da weg gehst. Du kannst mich mal. Ich hab extra... Ey, der hat immer grad mit einem Fall und Bogen auf mich geschossen mit dieser Crossbow. Ja, Fall und Bogen, klar. Ey, schieß den Dennis. Oh, nein! Hör doch auf! Wie, Dennis? Dennis oder was? Ja, nimm mal mit dem Baby! Der Curry schießt mit dem Baby. Die Drecksau. Ey, das ist ein Sniper, Mann! Das hättest du doch gehört, ey! Ich bin jetzt da, Alter. Curry, ich komm hoch zu dir. Keine Angst, ich bin bei dir. Wer, wer ist jetzt ratet? Der Dennis? Curry. Curry! Ja! Der hat den Major gekillt. Major liegt da oben. Major ist tot. Kann... Patrick, kannst du den confirm? Nö. Rix, da hat ne Reaktion, ey. Wo bist du, Alter? Hinter dir. Als wenn ich dir trauen würde. Patrick! Curry, bist du tot? Ohh! 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 Bamm! Bam! Bamm! Bamm! Nee! NOOIN! WIE VIEL! WIEVIEL hattest du noch? 25, Alter! Oh, das ist nicht mein Tag heute, ey! Alter, Dennis, ich hab den Curry mit dem Messer entkillt Ich habe mich doch gar nicht, um dich wiederió Ja, wie soll ich das? Der wieder bronzige Fluch ist so Weiß jemand, wie lange diese Folge zukünftigerweise ging? Nur kurz Ja, dann machen wir noch weiter, ne? Frühjahr, ne? Sonst geht euch nur noch gut, oder was? Nein Major, oder? Uns fehlt ein wenig Luft Dann machen wir ruhig Major, oder? Ich bin dafür, dass Curry einen Witz gibt Major, hallo, Major Mach Oh, die Map kennen wir ja schon Ha, ha, ha Das ist unser Zyklus übrigens Jetzt fängt der Zyklus wieder neu an Wir werden auf jeden Fall diese Map hier noch spielen, meine Damen und Herren Und dann ist unsere Aufnahme des Teststudios schon beendet Meine Damen und Herren, ja Ja, wir haben sehr, sehr viele Folgen Ich glaube sieben oder sechs Folgen haben wir wieder am Stück hier produziert Nur für die besten Zuschauer der Welt Also für meine Zuschauer Und Scherz Oder doch nicht Ach Also hast du deine gleich direkt mit beleidigt Ne, I love my viewers Mhm Ich muss sagen, ich mag meine Community sehr Muss ich echt sagen Sind wirklich nette Leute Die einen auch überall unterstützen Und so Finde ich echt so Und hier läuft schöne Musik Ja, ich sag mal so Danke Der ein oder andere YouTuber hat bestimmt eine Community, die man nicht unbedingt haben will Wer denn? Ich fühl mich geehrt Sprich doch mal an Bronze Wenn du da so im Detail meinst Keine Namen Ja, sonst immer so schön Eierdinger machen So aber Ja, aber da hat er wirklich keine Eier, der Bronze Ja, da hat er wirklich keine Eier, der Bronze Hey, bitte mich verarschen, Mann Ey, Bronze, ich muss dir kurz was sagen Deine Wohnung ist ja einmal ein Quadratmeter Du darfst nicht so laut schreien Ja Sonst hör'n, dass die Nachbarn Ey, ist Bronze bei euch auch so leise irgendwie? Einmal ein Quadratmeter Ja Bronze, sag mal was Das kann man manuell hoch oder runter regeln Im TS Der Bronze wohnt eigentlich in der Müllpresse vom Todesstern Ja, genau Aber wie die zusammengedrückt ist, ne? Okay Ja, dann spielen wir jetzt noch die Map hier, wa? Ja, Major, du bist ein richtiger Da haben schon wieder die Leute Ey, gar keine Musik hier, ey Die Musik ist aus, ne? Ja, aber auch nix mehr So, so Ach so, das ist die Karte Ah, okay, 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 okay Nee, hier oben hat man das eigentlich auch gehört Ja, wenn man hier, hier lang gegangen ist Hier zur Treppe hin Hä? Blitz? Ja, Blitz und Donner war eben doch auch Ja, Blitz und Donner war eben doch auch Warum seid ihr denn wieder schon? Oh, Mann Was denn? Ich bin Zuschauer, ne? Nur mal so Bin wieder tot da alle, oder was? Ich bin Zuschauer, ne? Ja, ja, ja Bronze, lebst du noch? Ja, ja Dennis lebt aber nicht mehr, oder? Sonst würde er was sagen Dennis? Man weiß es nicht Dennis Dennis Dennis, Lendo lebt auch noch, alles klar Der Geist von Lendo, der schwebt hier herum Curry, Curry Major Ich sehe euch alle von oben Alter, Bronze, du bist hoch gekommen und der hat eine Bombe in der Hand Der Major hat alle gekillt, der Tricksack Das war jetzt in der Session schon das vierte Mal Ein nach dem anderen Aber ich muss kurz noch was sagen Und zwar Major spielen wir nicht mehr? Genau Richtiger Tricksack Richtiger Major, so weißt du? Richtiger Gündogan Ja, jetzt wird immer hier ausgepackt hier Nix mit Oh, er legt den Lachs auf den Tisch Er legt den Lachs auf den Tisch Ey, lass den Lachs nur holen Ja, jetzt werden die Aimhacks ausgepackt Ja Ja, glaub ich sogar Der hängt sich da einen weg Ja, okay Alter, ich hab ne Errorwaffe Na, jetzt ist wieder Musik hier, oder? Was ist das denn? Sag mal, warum bin ich nicht dabei? Ach super Was muss ich noch drücken, um ins Spiel zu kommen? Ich hab jedes Mal eine Errorwaffe Ach so, wir waren noch gar nicht in der Runde, Alter Hast du denn da für ne Waffe, Alter? Ja, Alter, nee Ja, komm, schieß auf mich hin Hilfe Hilfe Ich hab keine Abkriegen, also Hä? Ich geh weg hier Hahahaha Braucht sie nix wie weg hier Tötet den Und dann Ja, ich hab ihn nicht getötet, meine Nee Geh weg, geh weg Ich hab... Pack die Errorwaffe weg, Major Ja, dann geh weg Geh weg, was? Pack die Errorwaffe weg, Major Ah, die Musik, Alter, Major Sag mal ruhig, sag mal ruhig kurz Ja, Major, denkst du, ich bin doof und hab die Granate nicht gesehen, die du unter dem Kumpelchen da geschmissen hast? Ey, bist du dumm, das ist ne Smoke-Granate Ach so, okay Wo ist der Bronz, ey? Bronz, alter Patrick, was ist hier so... Boah! Was denn? Was denn? Was war los? Nichts passiert Mensch, Alter Patrick? Ja Was hast du getan? Ich muss echt nur hören, damit ich weiß, wer Traitor ist, ey Weißt du, alles geklärt, alle Fronten sind geklärt hier Wo ist der Aim-Hacker hier? Ist nur noch der Dennis jetzt, oder? Ja Und, äh, wo ist der an? Ach so, ne, wir sind der Traitor Wir können gar kein Wiederbeleben Stimmt ja Bist du tot? Nööööööööööö Geil Ich guck grad, wo der schöne Dennis ist der, liebe gute Dennis Ist der denn schön? Ja, findest du? Ja. Findest du den attraktiv und anziehend? Bisschen. Und so finde ich den ja ausziehend. Okay, er ist hier unten. Komm zu mir. Naja. Naja, wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben ganz viel Zeit hier. Ja, 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 ja. Machen wir es vorher aus. Wo bist du? Hä? Hä? Wo ist der? Na hier hoch. Ja, Dennis, du kannst ruhig reden, Alter, ne? Na, da. Ah, hier. Ah! Wo kam das denn her? Von hinten, Alter. Boah. Was hast du denn hier gemacht? Von hinten, du hast naschen. Ich wurde sogar gekillt, ne? So wie in einem Film, weißt du? Kennt ihr das immer so? Wenn ihr, wenn ihr um die Ecke kommt, der steht da schon mit der Pistole so breit und. Achso, mit der Treppe da oben? Ja, ja. Ja, nur, dass du von dem Baby erschossen wirst. Aber ich guck selten Filme, wo Babys als Waffe dienen. Aber nein, nein. Du guckst die falschen Filme. Ne, aber er schießt ja mit einer Waffe und dann kommt das Baby da raus. Achso, ja, wie immer. Aber ich guck seltsam. Okay, neue Runde, neue Stuck, Freunde. Joa. Ne? Boah, die Musik, ne? Die macht mich... Alter, Alter! Sorry. Was sagst du denn? Sorry, ich mach wieder an. Was war das denn? Was war das denn? Traitor! Alter, mach mal das Licht ausmachen. Ey, wie geil ist das denn? Wo machst du das? Hier, an der Treppe. Licht aus. Das kann aber jeder machen. Das geht jetzt nicht mehr, Patrick. Achso, dann kann man das vor der Runde machen. Jetzt können das nur Traitor machen. Oder man kann das nur einmal machen. Ja, einmal. Mach doch mal Traitor. Alter, da ist gerade was runtergefallen, Mann. Wo macht man das? Hier, an der Treppe rechts sofort. In dem Raum. Ja. Wer war das? Mate, Alter! Bist du dumm, ich war doch selber da. Das war der Curry. Wer war das mit dem... Curry? Ey, was war ich? Unbewusst. Du hast irgendeinen Schalter betätigt, dann ist das Ding da runtergefallen. Die Lampe... Der Kronleuchter, die sind doch vorhin auch die ganze Zeit runtergefallen, Mann. Ja, doch mal, doch mal. Siehst du? Das ist ja wohl die Krone, äh, die... Die fallen die ganze Zeit random runter. Das war vorhin auch so. Das glaube ich nicht. Der Curry ist übrigens, dient oft als Motor für Motor. Motorrad. Ja. Ja, wer will mich töten, wer will mich töten? Kann ich das machen? Sorry, will mich töten. Wer ist das hier? Hör auf, Dennis. Dennis, 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 Dennis. Patrick. Okay. Der Pat... Patrick. Braut er nicht, Patrick. Ja, ich den Benjamin auch nicht. Hä? Benjamin? Er ist Benjamin. Keine Ahnung. Benjamin. Benjamin, Blübchen. Ja, 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 ja. Wer weiß, wer weiß. Patrick, geh weg. Patrick. Ah, jetzt hat er eine Waffe hingelegt. Boah. Hat er die Granate geschmissen? Lalalala, schibumm. Und sowas geht da los. Also der Patrick ist kein Traitor. Sonst hätte er mich längst... Major hat eine Granate geschmissen. Das war meine, das war eine Rauchgranate. Oh, ich weiß, wer der Traitor ist. Ah, Bronze. Bronze ist der Traitor. Wo ist der Bronze? Bronze wird. Nein, die töten mich jetzt. War nicht unschuldig. Wäh. Bronze. Oh, was? Alter. Alter. Major. Confirm. Oder warst du Traitor? Ja, Curry war Traitor. Wo ist denn... Wer ist denn... Alter, ich blüge hier nicht mehr durch. Wer ist denn was jetzt? Bronze ist tot? Nein, Bronze hat ein Haus. Oh, tu schon wieder. Jetzt geh mal... Curry wollte den killen. Wo ist der Bronze denn? Bronze ist irgendwo unten im Keller. Ja, da wohnt er ja auch. Wer macht das hier wieder aus? Wie geil ist das denn? Das war ich gerade. Nein, ich habe Angst. Ja, ich auch. Ich fühle das total geil. Ich will das an, ey. Oh, so, dann machst du das an. Bronze? Wer hat das wieder ausgemacht... Äh, angemacht. Hier, warte mal. Curry? Alter, da lag doch keine Leiche, Curry, Alter. Ah, okay. Oh, Patrick, Alter. Was ist los mit dir? Warum verfolgst du mich die ganze Zeit? Major, der verfolgt mich die ganze Zeit. Major, warum bist du angehörtet hier? Ja, ich habe gerade einen Fight mit Dings gehabt, Alter. Patrick, geh weg. Wo ist der Bronze? Wo ist der Bronze? Ja, ich suche ihn. Da lag doch keine Leiche, Curry. Hast du den nicht getötet, ey? Wo ist denn der Curry? Wo ist denn? Wer ist denn? Ich bin oben im Keller. Patrick, geh weg. Weil sobald du kommst... Und der Curry war Traitor, oder was? Das ist nicht dein Schloss hier. Nein, aber geh weg. Ja, klar. Leute, Leute, Leute. Und der Curry war Traitor, oder was? Wer war jetzt Traitor? Ich blick hier nicht mit. Und der Bronze lebt noch, oder was? Keine Ahnung. Ja, und Dennis ist nur Traitor. Nee, warum denn? Der Bronze lebt doch noch. Ich blick... Alter, wer macht das Licht denn immer aus? Hi. Ah, ey, 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 Patrick. Geh weg von mir. Ich geh wieder hoch. Boah, das ist cool, wenn das Licht aus ist und dann donnert es noch. Wo ist denn Bronzes Leiche? Guck mal, hier ist ein Kamin, Dennis. Hier kannst du deine, äh... Deine Storys vorlesen. Alter. Nee, nee, nee. Alter, ich hab hier grad die Konsole offen. Mach das weg. So. Major? Okay, Curry war auf... Okay, auf jeden Fall. Aha, aha. Major ist auch tot. Ja, dann bist du es ja. Ja, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich suche Bronze. Ich hab den Curry getötet. Er war Traitor. Ja, hab ich confirmt gerade. Will ich das Licht wieder anmachen? Ich blick hier nicht mehr durch. So. Es wäre der Licht. Wart mal. Patrick, geh weg. Alter, ich töte dich jetzt einfach mal so aus Spaß. Ja, ein Schuss, du weißt ganz genau, dass ich mit einem Schuss weg bin. Ja, deswegen ja. Deswegen hab ich auch keine Angst vor dir. Ja, ich könnte dich jetzt... Ich hätte dich schon tausendmal töten können. Guck mal, hier war doch Bronze. Wo ist seine... Ah, Bronze liegt hier. Okay. Wo? Patrick, Dennis ist Traitor. Ich bin... Ich weiß, warum... Dennis ist Traitor. Dennis ist Traitor. Moment. Oh nein! Ich hab auf den Major geschossen. Ah, genau so wollte ich es haben. Ernsthaft, Patrick. Aber ich wurde angeschossen und ich wusste nicht, wer steht rechts und wer steht links von mir. Ich bin gerade an dir vorbeigelaufen, Alter. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Sorry, Major. Das war Red's, we're ready to rumble. Oh, oh, oh. Das war scheiße. Mann, ey. Man hätte sich jetzt denken können, ich hätte Dennis getötet oder töten können, dann wäre die Runde gewonnen gewesen. Wo warst du denn, Curry, Alter? Aber unten im Keller. Aber es ist halt nicht so gelaufen, wie man das hätte denken können. Curry, du bist direkt auf Bronze losgestürmt, Mann. Dann bin ich gar nicht. Natürlich, Alter. Du hast aber nicht gesehen, wie ich ihn umgebracht habe. Doch. Ja klar, ich höre die Schüsse so zwei Meter vor mir, weißt du. Und Curry läuft da weg. Ja, wenn er keine C nachs, dinkst du halt nicht nach, Major, weißt du. Äh. Kevin. Nimm mir mit Spaß, Kevin. Oh, du schon wieder, ey. Ah! Ja. Was ist denn jetzt los, Alter? Was war das da oben gerade? Major. Ich bin ja jetzt da runtergeschossen, und warum? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin mit Major und, ähm, Dings hier, Patrick. Ja, ich bin auch mit Dings hier. Ja. Dings. Manantino Rambo. Da kommt der Bronze auf. Patrick, äh Major. Major ist auch mit Dings hier. Ja, angeht. Licht aus. Patrick weg, Patrick weg. Licht aus. Ich hab das Licht ausgemacht. Ich hab das Licht ausgemacht. Hier ist alles zu eng. Moment, jetzt hör doch mal auf, hier mal zu meckern, ey. Wie dann das Dings auf jeden Fall hier ein Traitor, ne? Curry, da hab das Licht ausgemacht. Ja, wenn ich das Licht ausgemacht, oder was? Das kann er nicht wieder machen. Also Traitor ist für mich, der Traitor ist für mich der Bronz, äh, der Major und der... äh, der Patrick traut sich niemals. Ich bin tot. Was? Wir können jetzt so gelacht irgendwie. Nein, Mann! Ich kann sogar wieder das Licht ausmachen, oder? Ne, das geht leider nicht. Bleibt mir alle weg, Alter. Ne, 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 ne. Wer ist jetzt noch am Leben hier? Hallo? Und es wird, Alter, ich nehm... Oh, das heißt wir alle! Ich nehm... Ich nehm... Ich nehm diese... Halt eine Schnauze, wer ist jetzt noch am Leben? Was willst du halt, die Schnauze? Was, für Halt eine Schnauze, Mann? Ich schießen, ich schießen, ich schießen. Ja, gut, tschüss. Schibumm, schibumm. Du bist es nämlich, ne? Patrick? Der Marsch, Alter, du bist es doch, Alter. Ja, sonst wird doch hier jemand reden mit uns. Ja, keine Ahnung. Vielleicht tut doch doch einer so, als wäre der Typ oder sonst irgendwas. Es hat dann... Der Patrick ist es! Guck, was hab ich gesagt? Ja! Du Assi! Was denn? Patrick war Traitor, siehst du doch da oben. Und... Ja, Bronx! Komm her, Schnucki! Nein, ohne Witz, Mann. Was ist mit Major? Wo ist Major? Ich weiß es nicht, wo Major ist. Major sagt schon die ganze Zeit nichts. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hätte er sich totgestellt. Okay, warte mal. Ich suche mal Majors Leiche hier irgendwo. Vielleicht hab ich mich totgestellt. Wer ist das hier? Paysit. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Ja, nicht schießen. Vertrau dir. Warum? Warum soll ich denn jetzt nicht schießen? Warum soll ich jetzt davon ausgehen? Ja, aber ich hab immer so Gefühl, dass es Major ist, Mann. Der hat sich schon totgestellt, Mann. Ich aber nicht. Komm, Mann, es tut mir jetzt. Ach, Alter. Ich bin die Fronze. Ich bin die Fronze. Ich bin die Fronze. Was war denn mit dir, Major? Was war denn da jetzt? Ja, alter, Patrick, du Penner, Mann. Weißt du? Der kommt eiskalt dahin und gibt mir Major. Boah, meine Aim ist so für den Müll heute. Major so, ey, lass mich hier durch, Alter. Weißt du? Nee, nee, nee. Dann sag dir noch davor so extra, damit man das nicht hört. Hör doch auf zu meckern, ey. Und gib mir nen Headshot, so weißt du? Boah, ich bin die ganze Zeit ins Trader-Menü und dann kommt der Curry da hoch, ey. Was denn? Scheiße. Hast du jetzt nicht zurückgeschossen oder was? Ja, echt? Ist du Vegetarier oder was? Ich wollt ihn messern, weißt du? Ja. Achso, ja. Mann, 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 Mann. Major, ich hoffe, wir sind immer noch Freunde. Ist übrigens wieder ne XXL-Folge. Du willst mich messern? Was? Achso. Was ich sagen wollte ist, das ist die letzte Runde, Alter. Was? Das ist die letzte Runde, meine Damen und Herren, Freunde. Der Final Countdown! Ah, der hoop, Stacy &ương. Ah, der Mensch? ... War's, Major? Nein, nein, nein ich hab echt nicht geschossen. Aua! Ey, wer schießt denn auf mich? Dennis war's. Warum Schießt du auf mich? Hä? Hier könnt meine Waffe kontrollieren, ich hab auf keinen geschossen. Hier, ich lege hin. Noch keinen Schuss abgegeben, guck mal hier. Kannst du auch bei mir gerne gucken? Major, guck mal, da unten ist Dennis. War es jetzt Dennis oder du? Warte, 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 warte. Kannst du meine Waffe auch kontrollieren? Ja, mach zuerst meine. Hier, Bronze. Mach Bronze, ich hab keine Waffe. Hier. Warte mal, wo ist Curry, wo ist Curry? Ich bin hier oben irgendwo. Ich weiß nicht, kontrollier doch die Waffe, Bronze. Ja, was soll ich da kontrollieren, Mann, Alter? Ich will meine Waffe wiederhaben. Ja, guck mal, wer ist da denn für eine Waffe an deiner Hand, Major? Was war das denn? Wir haben meine Waffe gut, Mann. Ich hab den Dennis, was ist denn? Warte, wer das? Bronze, es ist, Bronze, es ist. Könnt ihr mal herkommen jetzt? Ich weiß genau, dass ihr Dinge treibt, die nicht erlaubt sind. Ihr kleinen, versauten Häschen. Ich höre euch laufen. 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 Oh, da hat jemand Muni aufgesammelt. Für alles. Alles und jeden, höre ich. Ich bin ein Mietchen, Leute. Jawohl. Komm, München, hol mich doch. Ja, irgendwann, ne? Peiße, Mann, ich sehe mich, ey. Ja, Major, geil. Richtig geil. Alter, die Hühner. Ja, auf jeden Fall war das eine brandneue Folge Trouvelin, der ist da. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge übermorgen 14 Uhr. Vielen Dank fürs Zusehen und habt einen schönen Tag. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Danke, Major. Tschüss. Tschüss. Tschüss.